Und nun, verehrte Zuschauer, geht es weiter mit der Verfilmung von Margaret Mitchells berühmten Roman Vom Winde verweht. Scarlett O'Hara ist aus dem brennenden Atlanta in ihr Elternhaus Tara zurückgekehrt. Auch hier hat der Bürgerkrieg Not und Verwüstung angerichtet, aber die resolute Scarlett kapituliert nicht. Sie will alles daran setzen, um Tara wieder aufzubauen.